Und herzlich willkommen zurück, wir befinden uns in der Folge 4, wo wir wieder im Spielenmodus in Artston unterwegs sind und diesmal werden wir glaube ich mit dem Schamanen unterwegs sein. Ich gucke nochmal ganz kurz nach der Reihenfolge, ich gucke mal kurz in der Flasche wie spät das ist und zwar, ja Schamane, tut mir leid ich bin ein Ordnungsfreak, man kann mich dafür lieben oder auch hassen. Gewertet Schamane, wir sind noch nicht in der Schamane, naja, Schamane Basis Deck, bumm. Bisher nur gewonnen, obwohl das letzte Spiel erstaunlich knackig war, muss ich sagen, das war richtig, richtig hart. Richtig hart ist übertrieben, okay, 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 das ist übertrieben gewesen, es tut mir leid. Aber ihr müsst ja wohl zugeben, fürs dritte Spiel schon ein harter Gegner, vor allem bedenkt auch bitte, ich meine ich habe ja schon ein bisschen Hearthstone gespielt. Ich bin zwar nicht der Beste auf der Welt, dies, das, bumm, aber ich habe ja schon ein bisschen Hearthstone Erfahrung. Ich habe ja mit meinem alten Account auch schon länger Hearthstone gespielt und habe dementsprechend ein bisschen Erfahrung, bin jetzt nicht der Schlechteste so. Aber was ist jetzt mit jemandem, der wirklich komplett neu im Spiel ist, der wirklich auch nicht gut spielt, weil er neu ist? So wie er hier zum Beispiel, ja, keine Geschosse, Turn 1, was soll man dazu sagen? Gut, er hat mir drei Schaden gemacht, aber... So, was, was, was soll der da machen? Gegen, gegen so zweimal geschmolzener Riese und Morlock rasch gedöhne und... Eisblock hast du nicht gesehen? Na gut, Eisblock hat er ja nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine. Im Prinzip ist es so. Ne? Im Prinzip ist es so. Er sagt, es tut ihm leid. Die Frage ist nur, was? Mir tut es leid. Naja, ich meine gut, im nächsten Zug kann er... Ah... Kann er natürlich beides abholen, wenn er schlau ist. Totem und Schweinchen. Oder er macht so... Keine Ahnung. Okay, wir haben hier ein Zauberschadenbild. Sowas habe ich auch gerne gespielt. Aber... Lässt mich noch mehr fragen, warum er dann im letzten, im ersten Zug den Dings gespielt hat. Total unsinnig. Coinspot wäre natürlich eine coole Sache, ne? Ja, auf jeden Fall eine coole Sache, glaube ich. Coole Sache. Rang 24 sind wir bisher ungeschlagen, aber ich glaube hier, unser Gegner wird ziemlich knackig. Obwohl der erste Zug war, wie gesagt, blöd, aber... Hier, schönes Zauberschadenbild. Habe ich übrigens auch so ein Deck. Mit einem alten Account, wohlgemerkt. Ist super, 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 super witzig. Wenn man extrem viele Diener auf dem Feld hat, mit Zauberschaden. Es kann schon coole Sachen geben. So ein Feuerball mit 13 Schaden oder so. Der rockt. Besser wie jeder Pyroblast. Was macht er denn da? Aber du musst einen Spott angreifen oder das lassen. Mit deinem Ernst, Junge. Ja. Schön. Schönes Wetter. So, was machen wir jetzt? Immer die wird euch ein Stück erreißen. Gut gespielt. Wir können auf jeden Fall unserem Spöttchen Windthorn geben, was cool wäre. Und wir könnten ihn hochheilen. Wir könnten mit dem das wegmachen. Wir könnten, wir könnten, wir könnten auch erstmal... Wir machen das erstmal so. Windthorn. Putz. Stellt das volle Leben wieder her. Putz. Schweinschen. Putz. Und... Putz. Da muss ein Feuerball raus, glaube ich. Oder einen, äh... Hier, Frostbolt mit, äh... Heldenfähigkeit. Auf jeden Fall muss er was machen, weil der kleine Windthorn-Spott, der ist, äh... Böse, ne? Ja, kann man so sagen. Huch! Er kann eine Explosion. Explosione. Und der Feuerschlag. Ja, da hat er ein bisschen Panik, ne? Da hat er jetzt Angst. Pipi in den Augen, sozusagen. Heiltotem. 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 Ja. 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 Heiltotem. 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 Tja, das tut mir natürlich ausgesprochen leid für den... Bumpetti 9. Muss ja auch immer noch einen Namen nennen. So, jetzt kommt ein Frostbolt. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Aber ich nicht. Aber ich nicht. Feuerschlag. Das tut mir leid. Das tut mir leid. So, wir könnten jetzt auf jeden Fall, könnten wir, wir könnten zweimal face gehen mit dem einfach so, dies, das, bumm. Dann können wir noch einen Ansturmvogel machen, bumm. Nicht cool. Wir könnten Totem machen. Und den. Wir könnten das hier spielen. Wir könnten auch den hier spielen. Na komm, erstmal Totem. Dann könnten wir den hier spielen. Einmal face, einmal Diner. Oder wir könnten zweimal face gehen. Das sind immerhin acht Schaden. Moment, acht Schaden. Dann wäre... Ja... Das sind zehn. Wenn ich den mit dem Winzorn kombiniere... Dann bleiben zwölf übrig. Ja komm. Machen wir erstmal so. Und machen das... So. Und so. Und so. Ich glaube ja nicht, dass er jetzt einen Flamestrike spielt, oder? Oder wird er jetzt einen Flamestrike spielen? Nee. Nee, nee. Du spielst keinen Flamestrike. Na, da habe ich mir schon gedacht. Natürlich. Trotzdem blöd. Oh mein Gott. Heldenfähigkeit, Junge. Das war echt. Das war echt. Das war. Das war. Das war. Ich danke euch. Das war. Das war. Also, ich bin wirklich enttäuscht von dir. Äh. Hun Petit 9. Das war wirklich... Das war nicht schön. Ich wollte eigentlich Windzone mit dem kombinieren, aber dann hätte ich wieder Kommentare lesen müssen. Du warst. Du hättest ihn. Du hättest. Siegesträne. Booster. Bumm. Rang 23. Und auch mit dem Schamanen haben wir gewonnen. Gegen den Hun Petit 9. Stufe 11. Der Duellant. 100 Gold. Spiel 3 Spiele Modus Spiel. Ja. Ihr merkt schon, am Anfang wird man noch so ein bisschen voll gehauen mit Gold und Quests und Boostern und allem. Aber ich möchte euch jetzt nicht ein bisschen Wind aus dem Segel nehmen, aber im Prinzip ist es so, das flaut ein bisschen ab. Also später hat man leider nicht mehr so viele Möglichkeiten Gold zu machen. Und dann geht es auch bei weitem nicht mehr so schnell. Gefällt euch das? Fügt dem feindlichen Helden 100 Schaden zu. Ich glaube, jetzt sind wir auch in der Lage, die Daily Quests zu bekommen mit dem neuen Account. Jo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Und tschüss.